So, Talibutzen-Therzü kommen zum nächsten Teil von Let's Play Mad Max. Das wird einen ungefähr 15 Minuten teilen, nur dass ihr es wisst. Und ihr möcht schon gar keine Zeit verschwenden, deswegen werden wir gleich loslegen. Einfach mal ein bisschen weitermachen. Gorka baut the fastest machine. What about no handling at all? Ich glaube ja, dass der Jumbucket sich von uns verraten fühlt hat. Man, wer hätte gefragt, ob die ihn mitnehmen und eigentlich von meinem Narksock mehr oder weniger. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auflösen wird. Oh, fast. Und weiter. Okay. Wo zum. Da wollen wir hin. Again. So viel zum D-mal so schnell wie möglich. Ah, Mann, Wuhle. Was ist da eigentlich wirklich? Richtig, die Kette. Schauen wir mal, warum wir das getan haben, aber wie ich da ist, ja, wenn ich das sehen kann. Da war's, der Magnum Opus. Oha. Ah. 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 Derjenige, der mit meinem Big Block und meinem Concubin, nicht zu mentionnen, derjenige, der mit einem Sawblade in Lord Skabris, Skrotus' sehr brainbag, als wenn ich mit einem Stump cutte. Das ist leicht. Ich sah deine Ride, ich folgte es hier. Wir alle folgten es hier, haben deine Monke. Und diese Mönche wurde zu sehen! Was für dich? Eine Frau? Eine Kindheit? Eine ganze Familie? Du musst du sein Vater. Aber jetzt... Vater wird sterben! Ah ja! Okay... Aber ich hätte so eine Schotze aus, natürlich nicht! Was ist los? Tut's weh, hm? Setzen! So... Ich kann ein Adster erledigen. So, jetzt kommen wir mal wieder mit Rage an der Elbe hin. Oh, wir können das so ausweichen! Das ist das Gellste! Oh, ich soll wirklich viel werden das tun, ne? Ja, komm! Geht doch! Na komm! Oh, tschüss! Tschüss du, hm? Hm? So! So! Oh, jetzt wieder! Jetzt haben wir ein bisschen heilen! Rosterzeit! Los! 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 Was denn blocken und schwarzen? Scheiben! Ja, ist doch! Jawoll Komm mal wer mich nicht machen Komm haben wir noch Jawoll PUNK Oh, man! Oh, jetzt war das mal besprochen. Und wieder auf zum DeepFryer. Jetzt haben wir schon zwei verschiedene Tastenlayouts bei den Hilfe-Einstellungen. Ich will gar nicht mehr Steak und Wende, das ist ja überhaupt nicht verpackt. Das ist ja ein Herz aller Lebst. Dass das da alles überhaupt nicht verpackt ist. Idee, bevor ich da rumgehe, teleportieren wir nochmal zum Jeet. Das ist alles repariert, aufgeladen, getankt, Wasser aufgefüllt. Da bin ich nämlich komplett versorgt. Viel besser. So. Ja, weil jetzt sind wir quasi vorbereitet für den Kampf. Eigentlich legt sich ja der Max mit absolut allem an. Auch mit denen, die ihm helfen. Ja, ein Scroat ist erledigen. Entgültig. Ich hab ja mal gesagt. Oder? Und zwar auch noch Upgraden. Und zwar auch noch Upgraden. So. Nach dem. Und dann läutet es dann noch. Oh doch. Dann fahren wir jetzt hin. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh noch. Na, 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 nein, nein! Das Beste gleich quer durch der Einfahrt. Jawoll! Oha Oh, schande Min, null, null. No, null! No, null , null, null. beats Hör mir! Lord Skronis, ich hab's nicht mehr so gut! Du bist nicht mehr! Wo ist er? Oh, nein! Oh, jetzt ist er ungepüßt, ne? Ich will, dass du meinen Namen schildern und ihre Blut über die Lande. Wo ist er? 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 Für mich! Jetzt, Larsi! Hm. Boah, Hope and Gloreal Toads. Boah. Na ja, sind die Wastelands und nicht das Kindergarten Palparadies. Ich muss ihn finden. Und ihn finden. Wo ist er? Niemand weiß, wo er geht. Nur seine Kriege wissen seine Fälle. Seine Zip-Side sind in ungewöhnliche Bewegung. Blutbagg aufbauen. Organische Mechaniken. Er kallte ihn so ein Scham. Was war ein Wallboy? Er sagte er. Wo war er hin oder her? Wo war er gleich gleich? Skrotis! Er sagte so! Er weiß. 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 Klingt gut. Passt. Dann bis zum nächsten Teil. Servus.